hallo hier ist der driver mal wieder unterwegs ich wollte mal kurz vor Syltal fahren, weil es ganz schön frisch in Deutschland was werden wir haben? 3 Grad ist ja kein Wunder, wir sind Ende November ich war jetzt anderthalb Wochen außer Gefechts gesetzt hab die typische Männergrippe gehabt naja, mir ging es wirklich elend, so grippemäßig, boah, ist ja furchtbar meine Frau hat sie natürlich auch gekriegt, die Männergrippe da ging es nachher noch beschissen, da hatte ich den Eindruck wie mir lagen leider noch zu Hause um, rumvegetieren, so ungefähr naja, ein bisschen habe ich noch in meinen Knochen davon, aber ich habe heute raus geguckt, es ist zwar kalt, es ist wirklich frisch aber ich muss mal eine Runde fahren ich bin anderthalb Wochen echt fast hier und die Zeit mal ausnutzen noch hier schön trocken aber sehr lange werde ich glaube ich nicht fahren ich sag mal immer das ist ja immer meine Strecke, um den Block fahren bis ich mal wieder ein bisschen gefahren bin das dauert nicht mehr lang, das ist ja nicht doch, kann man so, um Sonntag jetzt, für den ersten Advent dann ruck zuck und ist das Jahr vorbei wenn man wirklich anderthalb Wochen nicht mehr gefahren ist, dann macht es wieder vollen Spaß das meiste Laub ist von den Straßen weg ist auch schön jetzt sind wir in Engelskirchen dann gleich eine wunderschöne Strecke, eine Kurvenstrecke zuerst ich weiß gar nicht wieviel oben da haben sieht schon zu düst da draußen aus warum ist nur soviel los ein bisschen frisch, muss schon sagen aber es ist noch auszuhalten ja, durch Reservenkirchen ja, durch Reservenkirchen und da ist wieder einer jetzt sind wir erstmal ein bisschen langsamer ich fahre sowieso langsam weil hier ist es ein bisschen feucht das waren hier früher Hobbels das kann man sich gar nicht vorstellen das kann man sich gar nicht vorstellen das haben sich einfach neu gekehren ja, die fangen wir jetzt erst an, Nico so 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 das ist jetzt schade kann man nichts machen kann man nichts machen kann man nichts machen ach ja, alles die Kurven hier gut, das sind da überall gekriegt so da sind die letzten richtig schön hier richtig schön hier ja, aufgeklossene Aufschaft dann sage ich mal liken nicht vergessen und abonnieren wäre ganz toll ist auch wirklich kostenlos dann sage ich mal bis dann euer 3 war tschau tschau tschau